So, willkommen zurück zur Tortenschlacht, beziehungsweise zum Pool. Pool. Ja. Ja, mir war gerade das Morgen gefallen. Gut, genau, was bleibt übrig? Neuner, Direkt und Snooker. Und was schlägst du uns vor, lieber Ghanuess? Was sollen wir machen? Ja, fangen wir mal ganz links an, also Neuner. Machen wir mal Neuner, okay. Offen für alle, da ist er. Ja, wunderbar, jetzt werde ich hier gleich herausgefordert, das möchte ich aber nicht. Oh, ich auch. Dann soll ich dich jetzt mal raus, das bin jetzt ich, hoffe ich. Ja, das habe ich gesehen. Wunderbar. So, beim Neuner geht es eigentlich nur darum, dass man die Neun einhaut. Oh, oh, ich war gerade wieder beim Golf. Ja, genau. Man muss aber die richtigen Kugel dann spielen. Richtig, man muss die richtigen Kugel dann spielen, wie beim Rotatio, genau, die leuchten dann auch, wie man sieht hier. Aber im Endeffekt ist es egal, wie viele Kugeln man hat, Hauptsache die Neun geht rein. Hier ist die Neun. Ja. Die jetzt schon kommen, du stoppst gleich ab. Genau, das kann nämlich passieren. Weil es ist eigentlich völlig egal. Wie gesagt, ob man die jetzt einlocht oder nicht. Guck mal, die wäre jetzt fast reingegangen, wenn die Weiße dann nicht im Weg gelegen hätte. Ja, was ja, was mache ich denn da jetzt? Warte. Oh. Das war Kunst. Das war Kunst, ja. Nein. Ich habe verloren. Ich habe, äh, ja. Gut. Ich habe es gemerkt. Man kann es nicht mehr abbrechen hier. Ne, das war blöd. Ich versuche. So, machen wir das nochmal neu. Oder vielleicht kann man es auch und wir wissen es nicht. Man möge uns Bescheid sagen. Ne, ich glaube nicht. Ich habe allständige Tasten gedrückt, die ich finden konnte. Ach Gott, ich bin ja dran. Ähm, äh, 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 ja. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich habe auch gerade was in mich gekommen. Ich weiß nicht, wer oder was in dich gekommen ist, aber ich möchte es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich sage jetzt nichts dazu. Gut. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ja, das würde ich sagen. Oh, komm, ich kann das gar nicht heute. Ja, genau. So wollte ich eigentlich auch machen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Naja, das hat Gott auch versagt. Oh, war doch gut. Ja, super. Jetzt kommen wir wieder nicht an die vier ran. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Siehst du mich weinen? Ja. QQ. Ich habe hier einfach nur drauf. Ich warte, dass ich die Lollern spielen kann. Ja, aber ich merke das schon. Ne, ich versuche es ja, aber ich treffe sie ja nicht. So, jetzt gewinne. Gewinne, man. Nein. Nein. Ja, super. Warte. Warte. Das könnte... Hm, hm, hm. Ja, wenn ich den Winkel und die Windstärke berechne und das jetzt so mache, dann vielleicht und... Windstärke, ja. Ach, guck, hast du hingehauen. Die Windstärke, natürlich. Oh, nee. Ne, liegt die scheiß Kugel auch noch gut. Ja. Naja, gut. Die entscheidende Runde. Mein Gott, Final Battle. Wo war das nochmal? Warte, komm, da. Was? Final Battle? Wo war das nochmal? Ich überlege gerade. Street Fighter. Ach ja. Final Battle. Falt! Ah, du blödes Teil. Ja, klasse. Versuch's mal so. Jawohl. Und auch nicht. Nicht ganz beabsichtigt, aber immerhin angespielt. Angespült, wollte ich gerade sagen. An den Strand. Angespült an den Strand. Oh, klasse. Na, das wohl. Das geht. Siehst du? Das beabsichtigt gewesen wäre. Das war beabsichtigt. Ja, das glaube ich dir auch so. Ja, natürlich. Ich habe gezielt und alles ist wunderbar gewesen. Nein! Ja, klasse. Die 8 geht aber nicht rein. Siehst du? Wobei, wenn du jetzt vielleicht und dann und so, weißt du? Wenn das Ding abprallt und dann die 9 vielleicht versenkt. Schade. Das hatte ich versucht. Naja, gut. Das war ein guter Versuch, aber dabei ist es dann geblieben. Dann würde ich sagen... Genau? Ja, ich glaube, das ist vorbei. Die verziehst du nicht. Zack. Wunderbar. Dann können wir nochmal was anderes machen. Würde ich sagen. Ich gehe mal ins nächste rein, ja. Dann ging da das Spiel verlassen. Zur Raumauswahl. Dann machen wir jetzt direkt. Direkt geht noch. Genau. Nur mit Account, natürlich. Wir sind ja keine Zuschauer. Wie viele Punkte wollen wir dann machen? Wie viele waren das Smiley? 20. So eine Runde dauert ja auch relativ lange. Gut. 20 ist angenehm. Ja, man kann sich's denken. Punkte. Hier oben sieht man's. 20 Punkte müssen wir erreichen. Jede Kugel gibt einen Punkt. Und es ist egal, welche man anspielt. Und es ist egal, welche man anspielt. Ich hab jetzt die 8 versenkt. Normalerweise hätte ich jetzt verloren beim 8er, aber das ist ja hier nicht der Fall. Und es gibt Minuspunkte, wenn man die weiße Kugel einlocht. Okay. Das ist ganz böse für mich. Ja, nicht nur für dich. Oh Gott, was war das für ein Scheiß. Die wollte nicht rein. Nein. Aber jetzt. Jetzt aber. Dring ich sie halt. Nein. Dann muss ich jetzt die 15 einsorgen. So liegen lassen können für mich. Mhm. Das hättest du wohl gern. Ja. Das hätt ich wohl gern. Doch, komm. Ich dachte, die 14... Ey, Quatsch. Die 12 geht irgendwie so, dass ich sie da hineinkatapultiere. So wie du zum Beispiel, die jetzt nicht weiße. Ja, das war aber nicht tatsächlich. Jawohl. Okay. Das wollte ich nicht. Aber gut. Wie wir schon bei unserem ersten Video erwähnt haben, wir kloppen einfach nur drauf. Gut, wir zielen auch, wenn möglich, aber wir kloppen eigentlich nur drauf. Also eigentlich zielen wir auch nicht. Ja, ungefähr in die Richtung des Loches. Ja, ungefähr. Der Rest, der legt sich von alleine. Genau. Und zack. So, und jetzt pass auf. Und... Oh, magische Weise sind die Kugeln wieder da. ins Magic. Ich würde sagen, wir machen hier nur ein Spiel. Weil das doch etwas länger dauert. Vielleicht ein zweites. Sonst würde man sagen, unentschieden. Widersprich mir nicht. Ich habe gesagt, wir machen nur ein Spiel. Das können wir auch machen. Genau wie beim Snooker-Dum. Das Snooker dauert am längsten wahrscheinlich bei uns. Das Snooker dauert am längsten. Ich habe gedacht, die 4 geht rein. Oder was das da ist. Nee, die 6 ist das. Mein Gott, ich brauche eine Brille. Die meine haben? Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon eine. Du brauchst keine mehr. Deswegen siehst du das wahrscheinlich auch besser als ich. Die Brille gar nicht auf. Hat die nie auf, wenn ich am Rechner sitze. Was? Du brauchst die nur zum Autofahren. Okay. Ach, komm. Aber momentan tun wir uns nichts. 9 zu 9. Zack. Wir haben beide schon die Weisheit eingelacht. Mehrmals. Nee, einmal nicht. Okay. Ich revidiere diese Aussage. Immer noch 9 zu 9. Jetzt 10 zu 9 zu 10. Was auch immer. 10 zu 9, 9 zu 10. Ich glaube, ich habe gerade draufgehauen. Doch nicht. Ich bin die Kugel wiedergekommen. Ja, genau. Das war geplant, ne? Das war so aus. Ja, klar. Skillshot. Ja, ja. Da hast du schnell einmal eine kleine Berechnung durchgeführt, ne? Auf einem Blatt Papier, das du neben dir liegen hast. Hab ich sogar. Kleiner. Das brauche ich gar nicht. Das rechne ich im Kopf aus, so eine kleine Kugel. Ach ja. Das hatte ich vergessen. Entschuldige. Oh, es hängt gerade ein. Das ist bei mir. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, was mache ich da denn jetzt mal? Pophorn? Ja. Ganz genau. Ganz schlechte Idee. Always look on the bright side of life. Oh, das hat nichts gebracht. Ich höre jetzt auf zu singen. Ich glaube, es ist nicht gut. Und auch zu pfeifen. Pfeifen ist widerlicher als singen. Okay, bei dir kommen wir uns vielleicht aufs Gleiche hinaus. Sei doch nicht immer so gehässig. In Wirklichkeit magst du mich doch. Oh Gott, was war das denn für ein Scheiß? Könnte ich auch zu dir sagen. Du bist wohl der von uns beiden, der mehr beleidigt in den Videos. Könnte das ja mal Revue passieren. Stimmt doch gar nicht, du Arschloch. Ja, ich meine echt. Ach, ich bin doch... Moment, du bist dran. Ja, ich bin immer noch dran. Ja, aber ich bin wieder ganz vergessen, dass ich dran bin. Oh, das war gut. Nicht beabsichtigt? Das war gut. Doch, ich wollte so über die Ecke spielen. Ja, ja, klar. Ich will jetzt auch über Bundle spielen. Hast du gesehen, das ist neu scheinbar. Das wusste ich gar nicht. Hier mit den Flaggen. Mit den Länderflaggen. Das ist seit... Oh, seit zwei Wochen. Ja. Kann sein. Ja. Ich war jetzt nicht mehr so oft hier. Ich verdiene es nicht zu gewinnen. Momentan verdiene ich es nicht zu gewinnen. So, jetzt hau das Ding weg und gut ist. No. Ich hau jetzt die zwei rein. Jetzt komm, die fünf. Die fünf. Jawohl. Muss die festschreiben. Jawohl. Ja. Danke dir. Dann würde ich sagen, Snooker dann einzeln. Separat könnte man auch sagen. Wir verabschieden uns. Einen guten Tag. Eine gute Nacht. Und was dazwischen liegt. Bis zum nächsten Video. Genau. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.